Wir sind alarmiert worden zu einem Verkehrsunfall, so Brand LKW gegen BKW. Wie wir im Feuerwehrhaus eingetroffen sind und weggefahren sind, haben wir schon weit über Flore eigentlich die Rauchzeilen gesehen. Und wie wir dann hergefahren sind, sind wir schon über Funk alarmiert worden, dass eben noch eine Person im BKW drinnen ist. Wir merkten, dass es eigentlich jede Rettung zu spät war und wie gesagt, jetzt hat die Polizei die ganzen Freigaben und alles gemacht und jetzt dürfen wir mit der Bergung beginnen. Wie lange die Schwere noch dauert, ist jetzt noch nicht absehbar. Es kommt darauf, wie die Bergemaßnahmen voranschreiten. Aber wie gesagt, wir probieren jetzt BKW und LKW einmal auseinander zu bringen. Dann kann man den LKW jederzeit weggefahren und dann müssen wir schauen, dass wir so gut wie möglich mit schweren Bergegeräten oder den Verbrannten rausbringen.